Hallo und herzlich willkommen zum vierten Part der dritten Folge von Plot & Diced. Wenn ihr die vorigen Parts verpasst habt, so findet ihr die unten in der Videobeschreibung mit diversen hilfreichen Links noch dazu. Das war's von mir. Viel Spaß bei der Folge. Und das mit dem Arbeitabgeben, auch das mit den Regelnaufschreiben, ist dann zum Beispiel, habt einen Blog dabei oder einen Zettel, wo man dann sowas aufschreibt, was man hinterher nachgucken wollte. Ob ihr das macht oder gebt es dem Spieler. Ja. Die Initiative zum Beispiel, die gebe ich mittlerweile grundsätzlich, und du glaube ich auch, an den Spieler ab. Ja. Während ihr die Map aufbaut, Miniaturen aufstellt, nochmal Werte durchblättert. Genau, Werte durchblättert. Genau, soll der Spieler durchfragen, wer hat welche Initiative. Genau. Dann habt ihr damit nichts zu käsen, das ist erledigt. Ihr kriegt dann hinterher eine Liste von ihm oder eine Magnettafel, die benutzen wir beide. Das ist ein sehr schönes Ding. Oder man macht das halt mit diesen Kärtchen. Dann kann man sich immer noch, auch als Spieler daran überlegen, wissen meine Spieler vorher, wann die Gegner dran sind? Oder erst nachdem sie dran waren, das erste Mal? Ja. Finde ich persönlich immer schöner. Wenn die Spieler noch nicht wissen, wann die Gegner dran sind. Ja. Aber das ist auch reine Geschmackssache. Ja. Das ist immer ganz interessant, dieses Aufteilen. Was ich nochmal versuchen wollte, ist, einem Spieler zu sagen, hier, dieser Mob, du schreibst auf, wie viel Schaden dieser Mob, also wie viel dieser Gegner kassiert. Okay. Nicht, nicht wie viel Leben er hat, sondern nur wie viel Schaden er frisst. Ja, 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 aber ich weiß nicht, ob ich als Spieler das machen möchte, tatsächlich, weil ich mich, weil ich nicht, weil ich ungern mitzählen würde, tatsächlich so. Also klar, man zählt für sich selber irgendwie. Man müsste so, ja, ich hab 50 Schaden gedrückt, ich hab 20 Schaden gedrückt, scheiße, ich hab nur drei Schaden gedrückt. Ja, aber du zählst deinen Schaden mit, nicht den ganzen Schaden. Ja, richtig. Seid ihr Boss. Aber ich will mich nicht auf die, während, wenn ich als Spieler feite, wenn ich mich nicht auf die Werte von Mobs konzentriere, auch wenn's nur dieses Nebenbei ist, weil, da musst du aufpassen. Weil wenn du das zum Beispiel in einem Spieler gibst, der nebenbei, der viele Möglichkeiten hat im Kampf, der gerade seine Kämpfe, seine Möglichkeiten durchgeht, dann kriegt der das vielleicht gerade gar nicht mit, wie viel das Mob auf die Fresse kriegt, weil er gerade mitten in seinem Zauberbruch steckt. Natürlich, wie gesagt, es ist ein Versuch, den ich gerne mal machen möchte. Weil, ähm, ich mein, ihr müsst den Spielern auch das nicht aufdrücken, die sich partout weigern. Aber zum Beispiel, ganz ehrlich, eine Initiative zu schreiben, das kriegt selbst Hans Gucke die Luft hin. Ja, natürlich. Sonst bin ich da auch wieder, weißt du, mach ich ja auch, deswegen bin ich da auch total konform mit Aufgaben abgeben. Eine meiner jetzigen Spielerinnen hat angefangen, nebenbei eine NSC-Liste zu schreiben, komplett. Oh, gesegnet sei sie. Gesegnet sei sie. Sie hat eine Drive-Datei auch gemacht, hat eine Excel-Datei reingemacht und hat auch angefangen, wir haben Charakter XY getroffen, einen kurzen Satz daneben und wie die Gruppe dazu steht. Das ist alles. Wer ist das, wie stehen wir zu diesem Charakter, oder wie meinen wir, dass er zu uns steht? Genau. Jeder Hans-Peter, auf den sie treffen, landet jetzt in seiner Liste. Ein, zwei werden auch nochmal vergessen. Überhaupt nicht schlimm. Aber ich schreibe mir nicht jeden Hans-Peter auf, weil viele meiner Charaktere spawnen auch gerade erst in der Sekunde, wo man sie braucht. Wie eben, was wir vorhin schon hatten, Topkeeper XY oder auch eben Stadtwache, Hans-Peter, was auch immer. Das heißt, ich sage den Namen, hab ihn in der Sekunde wieder vergessen, habe vergessen, welche Rasse das ist, habe diesen Charakter, den ich für zwei Sekunden gebraucht habe, komplett erst mal im Gerät ausgelöschen. Wenn ihr den aufschreibt, mit einem der Spieler sogar, die sich privat kennen, ach, weißt du noch, das eine Mal, wo wir diese Stadtwache, der hatte ein cooles Gimmick, wofür es auch ein paar sehr schöne Tabellen übrigens bei sobei gibt. Ja. Mit, zum Beispiel, einer meiner NSCs ist den Nullengedächtnis geblieben, es ist ein Katzenvolk, der ist allergisch auf Hunde. Das habe ich ausgewürfelt. Unser Droide hat einen riesigen Wolf dabei. Genau. Eine grandiose Begegnung. War eine grandiose Begegnung. Ich hatte, der hat eine Allergie gegen einer der Völker, weil als Katzen, ich fände es einfach witzig, dass der eine Allergie hatte. Okay, entweder er hat ihn auf Menschen, auf Gnome, auf Zwerge, was auch immer. Und er hat einfach den Hund ausgewürfelt. Ich habe alle aufgeschrieben, habe gewürfelt, okay, er ist allergisch gegen den Hund. Und dieses, dieses, witzig, der Katze, die Katze ist allergisch auf den Hund. Super genial. Das wurde sich gemerkt. Die wissen bis heute nicht, wie er heißt. Das vergessen sie immer wieder. Irgendwas mit Fungi im Nachnamen. Aber schön ist ja, immer wieder. Moment, Moment, er sagt sie, er hat es auch vergessen. Du, jedes Mal, wenn wir in diese Liste gucken, hast du auch, ich müsste auch nachgucken, wo ich ihn aufgeschrieben habe. Du hast diesen Namen auch nicht mehr im Kopf. Nee, natürlich nicht. Ich habe ihn aber irgendwo aufgeschrieben. Bevor er in diese Tabelle gelassen ist, habe ich ihn mir schon aufgeschrieben. Der Charakter ist aufgetaucht, bevor es diese Tabelle gab. Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe ihn vorher schon aufgeschrieben gehabt. Ja. Der steht in meinem Buch. Wenn ich jetzt hingehe und mein Spielleiterbuch, meine Unterkunftsrunde steht, der da drauf. Ja, es ist, nein, aber ich kenne das Problem. Es gibt Spieler, die sind ein Segen für den Spieltisch. Und zwar nicht nur im Sinne von, sie bringen Snacks mit. Sondern im Sinne von, sie machen sich Notizen. Ich bin immer noch erstaunt von unseren Druiden. Ja. Ich komme in diese Gruppe rein, das erste Mal, als noch der erfahrenste Pen-and-Paper-Spieler an diesem Tisch. Ja. Und mir ist fast die Kinnlade runtergefallen, weil er mir wirklich angefangen hat, die gesamte Geschichte der Gruppe zu erzählen. Und nein, er hatte sie nicht abgelesen und aufgeschrieben. Ja. Ich habe ihn auch ein bisschen geehrt gefühlt dabei, weil es hat ja so ein bisschen die Bedeutung gehabt, dass ich einen guten, eifrigsamen Job geliefert habe. Für mich war das eher so ein... Der hatte das im Kopf. Das finde ich hochinteressant. Ich mag auch, also, oh mein Gott, sexistische Äußerung. Frauen sind darin sehr gut. Und ich habe mit meiner Schwester zusammen viel gespielt, von daher musste ich mich da erst dran gewöhnen, weil meine Schwester ständig auf ihrem Zettel rumkritzelt, irgendwas aufschreibt, irgendwas vor sich hin dudelt. Aber sie hört dabei zu. Und es gibt Spieler, die hören zu, auch wenn sie nicht so aussehen. Die schreiben alles mit. Ich habe so ein paar Charaktere, ein paar Spieler, die schreiben jeden Scheiß mit. In der Gruppe... Ich bin auch meistens sehr abgelenkt und dann fragst du mich und dann bin ich auch manchmal da. Manchmal auch nicht. Ja, aber zum Beispiel in eurer Gruppe ist es meine andere Schwester, das Kirsten. Die schreibt ja auch jeden Scheiß mit. Und dann hast du Spieler wie Manu und mich. Wir schreiben das auf, was für unseren Charakter wichtig ist, wenn überhaupt. Allerdings ist das... Das müsst ihr auch... Ich habe manchmal ein Problem damit, dass ich das Gefühl habe, dass meine Spieler kein Interesse an der Kampagne haben. Das hat man manchmal einfach. Vor allen Dingen, wenn dann halt Spieler keine Notizen machen. Ich muss mir dann persönlich für mich ins Gedächtnis rufen, Alter, das machst du auch nicht. Aber wenn ihr am Tisch sitzt, weißt du ganz genau, okay, der NPC ist meinem Charakter wichtig, den NPC mag ich als Spieler, aber mein Charakter kann ich überhaupt nicht leiden. Das weiß ich, sobald ich wieder in dieser Rolle bin. Ähm, und ich muss mir das selber mal wieder ins Gedächtnis rufen, dass es halt Spieler gibt, die nicht immer dahinter herhängen. Und für manche Spiele ist es auch einfach nur ein, hey, ich treffe mich da mit meinen Kumpels, hab ein bisschen Spaß, roll ein paar Würfel. Solche Leute gibt's. Das ist völlig in Ordnung. Und auch diese Leute haben, äh, ihre Berechtigung am Spieltisch klingt irgendwie abwertend, oder? Oh, ein bisschen. Ähm, nein, also es gibt halt ganz viele, ich war früher auch so einer, der gesagt hat, ihr müsst in Charakter bleiben, ihr kriegt Abenteuerpunkteabzug, wenn ihr Sprüche außerhalb des Charakters macht. Heute würde ich mich für den Satz schlagen wollen. Ja. Das ist der größte Bullshit, weil, ähm. Wobei, da muss ich einmal einmal zwischengrätschen tatsächlich. Ja. Findet ne Balance. Ich hab, ne, ich fang, ich zitiere immer wieder ganz gerne, dass ich mit meinen Leuten ja ne Weltengruppe hatte. Die haben alle keine Pen & Paper-Erfahrung gehabt. Ähm, denen hat es sehr, denen ist es sehr schwer gefallen, in der Gruppe, in der Rolle zu bleiben. Und ich hab auch viele Humorbolde, Clowns hätte ich, ich wollt beinahe Clowns sagen, aber viele Leute, die auch witzig sind und auch gerne Sprüche reißen, so und dann, untereinander schaukeln sich die Spiele auch ganz gerne hoch. Und, und, und. Das passiert auch so. Ähm. Ja. Da haben wir wirklich mehrfach gesagt, Leute, ihr müsst mehr In-Culture bleiben, ihr müsst mehr In-Culture bleiben. Fokus. Fokus, genau. Fokus ist immer wieder ein schönes Wort, wenn die Leute zu doll abdriften. Ich als Spielleiter nehm mich da nicht aus. Ich auch, wenn die Spieler anfangen mit rumzuwitzeln und ich hab einen witzigen Spruch, dann sag ich denen auch. Und dann kommt darauf wieder eine Antwort und schon noch bis zu fünf Minuten wieder komplett vom Thema weg. Ähm. Das ist, das ist eine Sache, die müsst ihr auch in der Gruppe klären, wie intensiv wollt ihr es haben, wie viel Roleplay wollt ihr haben. Wenn ihr darauf Gruppe keinen Bock habt, dann halt nicht. So. Aber wenn ihr alles ein bisschen dran habt, dann tretet die auch dahin. Wenn alle sagen, ja, wir wollen Roleplay machen, wir wollen das haben, dann tretet die. Dann sagt, ey, hör jetzt auf, halt die Fresse jetzt. Seid als Spielleiter ruhig manchmal ein bisschen direkter. Was dabei aber auch funktioniert ist, ähm, das ist ja meistens nicht nur der Spielleiter, dem das gerade zu viel wird. Dieses Fokus, das kommt nicht nur immer von Manu bei unseren Gruppen. Das kommt auch mal von den Spielern. Einfach weil wir dann gerade hier, Leute, wir sind gerade wieder viel zu weit weg. Ja. Weil wir alle wissen, dass uns das allen passieren kann und schnell passieren kann. Ja. Und das funktioniert gut. Und, ähm, auch was dazu noch führt, also was ich dabei immer sehr wichtig finde, ähm, wenn ihr ein Abenteuer, nur einen Abend plant, plant ihn ernsthaft. Ernsthaft. Plant nicht von vornherein, der soll witzig sein. Nicht den Abend. NSCs, ja, Situationen, ja, innerhalb des Abends, ja, aber nicht eine halbe, wir machen heute einen Bullshit-Abend. Genau. Es ist gerade irgendwas privat passiert, dass das rechtfertigt, so, wir brauchen heute einfach einen witzigen, nicht so ernsten Abend, weil einem die Katze gestorben ist. Weiß auch immer, der braucht ein bisschen Ablenkung. Dann kannst du ihm nicht ingame eine tote Katze hinwerfen, die eigentlich geplant war. Das wäre ein bisschen... Das ist ja ein bisschen abhängig. Nein, also, nein, worauf ich hinaus wollte, ist, Witze kommen von den Spielern genug. Ich habe das, ich, also, ähm, Stimmungaufbau ist im, im Pen-and-Paper-Rollenspiel kann sehr schwer sein. Ja. Je nachdem, äh, weil was, was da wichtig ist, wollen eure Spieler das. Ja. Wir hatten jetzt beim letzten Mal eine Szene, ähm, in der Stadt, in der wir gerade unterwegs sind, äh, ist eine, ja, ich nenne es einfach mal eine Krankheit ausgebrochen, die zu schweren Mutationen führt. Ähm, und wir haben dann drei Opfer dieser Mutationen gefunden, das waren alles Kinder, und eins dieser Kinder ist nach diesen Mutationen gestorben. Und, das ist ein Punkt, der für, für manche Spieler ist das ein, ja, okay, okay, das halt voll. Für mich ist das ein, okay, mir persönlich ist das ein fucking Name auf dem Zettel. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, also, gut, wenn ein In-Game-Charakter stirbt, bei einem PC-Spiel, je nachdem, ne, also, ja, okay. Aber, ich weiß, dass mein Charakter das mitnimmt, und ich mag solche Szenen. Ich mag das, äh, wenn, wenn, äh, Dramatik ins Spiel kommt, wenn Trauer ausgelöst wird, wenn Freude ausgelöst wird, wenn das, oh, das finde ich jetzt ein paar süß, ähm, so diese ganzen Sachen. Nur, das möchte nicht jeder Spieler. Es gibt Spieler, die, alter, ich habe im normalen Leben schon genug Bullshit, ich will Türen auftreten und Loot. Ich will Monster klatschen, ich will Gold, Loot, oder Fiber, oder Kerle, oder beides, whatever, mir egal. Ähm, so, zu der, zu der Szene nochmal ganz kurz, ähm, es war halt auch ein, die Spieler haben das auch relativ, also, ich hatte nur noch drei Jungs da sitzen, so, und die drei Jungs waren halt, die waren halt abgekleilt, so, ja, okay, kacke, Kind ist tot, die Mutter, okay, wir trösten die Mutter, und die Jungs saßen da mit einem neutralen Gesicht, so, und, und dann fing aber an, dass sie halt ingame drauf reagiert haben, so. Also, ich habe die Szene reingeworfen, weil, weil es irgendwie gepasst hat auch einfach, und weil ich auch mal so eine Szene ausprobieren wollte, weil, weil Drama ist halt auch immer ein Ding, womit ich mich immer ein bisschen zurückhalte, weil das ein bisschen aufgebaut werden muss, und wie gesagt, ich bin halt auch eher der Actionspielleiter, habe ich festgestellt, so. Ja. Und, wenn der Spieler, wie gesagt, komplett neutral, und dann hat angefangen, der Palin hat gesagt, ich möchte mit der Mutter ein Gebet sprechen. Der Druide hat angefangen, er hat angefangen, so, ja, ich möchte, der hat auch irgendwas mitgemacht, und, und, ähm, ich glaube, du hast auch noch irgendwas gemacht, so. Also, ähm. Weil, als der Palin anfing mit, jo, ich möchte ein Gebet sprechen. Genau. Da bist du, glaube ich, noch eingestiegen, so, oder irgendwie sowas war das, genau. Genau, ich habe dem Gebet gefolgt, und ich glaube, unser Druide hat sich um die Mutter gekümmert. Ja, irgendwie sowas, genau. Er hat dir, glaube ich, noch einen Tee gemacht, oder irgendwie sowas. Also, das war halt... Das war wirklich reines Rollenspiel, weil wir genau... Also, das, 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 das klingt vielleicht ein bisschen hart. Wir wussten, welche Knöpfe unser Spielleiter drücken möchte, und wir haben sie ihm drücken lassen. Genau. Weil... Im Nachhinein war es für alle eine schöne Szene, tatsächlich. Es war eine super Szene, es war, also, eine schöne Szene ist halt schwierig dabei zu sagen, aber es war eine sehr passende Szene, es war eine... Die Szene hat mir, na, Spaß gemacht, ist auch das falsche Wort. Ah, ihr wisst, was ich meine. Ja. Also, ich fand sie sehr passend, es war eine sehr, äh, ja, stimmige Szene. Stimmig. Stimmig ist ein schönes Wort. Was zum Beispiel extrem schwer zu erzeugen ist, ist Horror. Vor allen Dingen, wenn man Systeme hat, die nicht darauf ausgelegt sind. Weil, wenn man jetzt Pathfinder und D&D nimmt, mein Charakter derzeit in Pathfinder, ich hab ein Schwert, da steckt ein Engel drin, das kann ich brennen lassen und ich kann Feuerbälle schmeißen. Da ist das schwierig mir wirklich diesen Horror zu machen. Wenn ich jetzt aber ein anderes System nehme wie World of Darkness, Welt der Dunkelheit, Vampire, etc. Vor allen Dingen Welt der Dunkelheit, du bist ein Mensch. Ich persönlich weiß, alles, was in diesen Büchern steht, kann mich killen, instant. Und wenn man Systeme hat, wo man nicht von vornherein ein Held baut, ist dieses ganze Horroraufbauen wesentlich leichter. Was dabei hilft, ist Musik und allgemeine Lichtstimmung. Und sagt es vorher an. Sagt, wir wollen heute, ich will heute eine düste Atmosphäre erschaffen. Ich möchte heute euch ein bisschen gruseln. Ich möchte euch damit abholen. Sagt das aber am besten nicht, wenn ihr am Spieltisch sitzt an, sondern am besten, Leute, beim nächsten Mal möchte ich gerne. Ja. Weil dann kann der Spieler gleich sagen, Alter, meine Oma liegt im Krankenhaus, können wir das mit dem Grusel irgendwie verschieben? Ja. Vielleicht ist das gerade einfach so. Ja, aber nein. Aber weil sonst, weil sonst, dann versuchen, wenn ihr Liebespiele habt und die sagen, jo, haben wir Bock, wollen wir ausprobieren, wir möchten das, wir möchten das gerne mitnehmen. Ähm, dann sind die auch fokussierter am Tisch, versuchen sich die meisten Wütze zu verkneifen oder generell unpassende, unpassende Sätze mit, hö, 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 deine Mutter oder irgendwie sowas, keine Ahnung mit. Und, ja, man sagt, man sagt was da, schleimig, tropf, bla, 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 bla. Und auch immer. Die Spieler versuchen einmal, euch da entgegenzukommen und vor allen Dingen, ich glaube, es ist für ihr eigenes Mindset auch einfacher, das in ihren Kopf zu lassen, wenn sie wissen, okay, wir wollen heute ein bisschen Horror, okay, ich versuche mir gerade in meinem inneren Theater das ein bisschen krasser vorzustellen, sodass ich es eklig finde. Genau. Was da, denke ich, auch noch dazu kommt, ist als Spielleiter nicht zu viel zu beschreiben. Ich persönlich finde zum Beispiel solche Filme wie Alien, ich meine, da bin ich garantiert nicht alleine, den ersten Alien finde ich weit gruseliger als fucking Saw. Saw ist ja auch kein Horror. Saw wird als Horror gehandelt. Echt? Okay. Ja, okay, mit dem Mindset. Genau, das meine ich. Und ich persönlich habe mehr Angst vor dem, was ich nicht weiß, was ich nicht kenne, als okay, da liegen jetzt halt Gedärme rum. Okay. Bin ich so ein Mensch für, Gedärme ist halt für mich, ja, das ist eklig, aber da habe ich keine Angst vor, das ist kein Horror. Aber es ist halt auch immer die Frage, wollen das eure Spieler? Haben sie da Lust drauf? Das ist auch was, wollen sie eine ganze Kampagne vielleicht so spielen? Ich habe zum Beispiel eine Spielerin in der einen Gruppe, sobald ich andeute, es könnte um Horror gehen, die zappelt in den Sitz rum, die ist da voll dabei. Aber der Rest der Gruppe springt halt nicht so schnell darauf ein. Und vor allen Dingen, eine Horrorstimmung sehr lange zu halten, ist erst recht schwierig. Weil dann müssen, also dann meiner Meinung nach müssen diese besagten Pausen kommen. Wenn man diesen zwei Stunden, ihr kriecht gerade auf eurem letzten Zahnfleisch durch dieses Dungeon und ihr habt keine Ahnung, was euch noch erwartet, wenn dann der Spieler hat, der sagt, so, hier ist eine Tür, wir machen jetzt eine Pause. Dann Licht an, einmal durchatmen, wieder Sprüche machen, alles, was ihr euch verkniffen habt, in den letzten zwei Stunden raus, 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 20 Minuten Pause, dann geht's weiter. Dann geht mal wieder in die Stimmung. Dabei hilft Musik unglaublich gut. Sei es nur, ob ihr euch Playlisten von YouTube nehmt, ob ihr Playlisten auf Spotify, Spotify hat ganz viele gut sortierte Listen, die man dafür nehmen kann. Es gibt auch, es gibt auch ein paar Mixer im Internet, im Webbrowser, wo schon fertige Szenerien drin sind. Nehmen wir zum Beispiel an, Und ihr wollt ein bisschen Stadtverdenken haben, ihr hört nebenbei Hufgeklapper, Menschen, die sich untereinander halten, hier und da mal ein Vogel, der switchert, mit verschiedenen Reglern drin. Ich verlinke euch, wie gesagt, ich verlinke euch in diesem Part gerne ein paar, also generell in den Videos. Heute zum Beispiel auch die Winterstadt, mit dem Winterblizzard gedehnt, so. Oder das eine Mal, wo ich drauf geschubst, und da wollte ich Gnollgeräusche drin haben, dieses Gnollgelächter, dieses Hyänengelächter. Und hab mir da einen schönen Mixer, deswegen bin ich erst auf diese Seite gestoßen. Damit könnt ihr wunderbar auch die anderen Szenen machen, weil es muss ja nicht nur Horror sein, wo ihr eine Atmosphäre schaffen wollt. Klar, bei Horror ist es am wichtigsten, dass ihr diese da habt, aber auch beim Kampf. Nehmt Kampfmusik. Kampf mit Kampfmusik, die treibend ist, die, 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 dumm, 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 dumm. Die Spieler sind viel, viel tiefer drin. Die sind viel, es macht einfach mehr Spaß. Glaub mir, wirklich. Was, was dabei bei der Musik ein sehr zweischneidiges Schwert sein kann, ist Filmmusik. Ja, weil dann Mindset oder Videospielmusik, ja, ja. Genau, weil du dann halt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich spiel gerade wieder Skyrim, und wenn du jetzt Skyrim-Kampfmusik benutzt, dann ist mein erster Impuls eigentlich so, das Zucken im rechten Zeigefinger für R-Waffe ziehen. Es ist, also das erste so, Moment, Skyrim-Kampf, okay. Aber es funktioniert dann für mich, dass ich dann das nach hinten schieben kann. Ich kenne das, wir hatten das hier, wir hatten Filmmusik laufen und mit der eine Spieler, warte mal, das ist doch aus dem Film, oder? Anderer Spieler, nee, das ist doch aus dem und dem. Und dann haben die einfach gegoogelt, erst mal aus welchem diese Musik kommt. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich glaube, den Spielleiter zu dem Zeitpunkt auch. Das war mit Skeksgruppe. Hm. Und das sind so Sachen, deswegen ist Filmmusik da ein sehr zweischneidiges Schwert. Funktioniert gut, weil zum Beispiel, oder auch Computerspielmusik, die Kampfmusik von Heroes 3, mag ich immer noch, die ist bei mir in dieser Playlist mit fest drin. Ja. Aber ich höre es auch jedes Mal und ich werfe dir auch jedes Mal nochmal so einen lächelnden Blick mit zu. Ja. Die Heroes-Kampfmusik. Genau. Und man hat sofort die Assetzung mit diese Trommeln, mit den Fanfaren dazu und ich bin sofort, okay, Kampf, 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 Kampf. Was, was, schönes Beispiel dafür ist auch wieder Critical Role. Der hat sehr lange die gleiche Kampf-Playlist und da ist ein Musikstück drinnen mit einem ziemlich prägnanten Fanfarenton. Hm. Irgendwann trötet die Gruppe den Fanfarenton mit. Hm. 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 Und das machen sie jedes Mal, aber es hält sie auch weiter im Kampf. Also es reißt sie nicht raus, die machen das halt einfach mit. Ich finde das ziemlich cool, einfach so dieses, ich mag das, also das finde ich sehr schön dabei. ähm, und das ist halt, also die Musik, wie gesagt, für Horrorstimmung, für Kämpfe, auch einfach nur Hintergrund-Geseier. Weil es gibt immer mal so Szenen, was wollen wir jetzt machen? Und alle sind erstmal so, scheiße, was machen wir jetzt eigentlich gerade? Big Bad Evil ist kaputt? Wir haben gerade nichts zu tun. Was machen wir jetzt? Scheiße. Oder wir kommen gerade nicht weiter. Wir hatten jetzt diese ganze, in dieser wunderschönen Schneestadt, in der wir gerade sind, äh, hatten wir relativ viel Detektivarbeit zu tun. Und wir standen da wirklich irgendwann alle vier und fuck, wo machen wir jetzt weiter? Und dann war es halt einfach ruhig. Und das Einzige, was man gehört hat, war diese Stadtambiions, die du da anhattest. Das hilft einem nicht komplett rauszufallen, aus dem Ganzen. Ähm, und, ähm, leitet einen auch so ein bisschen, äh, ähm, in diesem, äh, in diesem Mindset, jetzt so ein bisschen, in diesem vielleicht geistigen Raum, mit ich stehe gerade, Dankeschön. in, in der, in der Gosse, in der Stadt, während gerade die Laterne, äh, flackert und, und es kalt ist so, und dieses, ach, warte mal, Stadt, dieses Gebäude, da war doch noch was. Genau, das, das kann helfen. Ähm, wo du gerade das sagtest, mit dem ist es kalt. Ähm, eiskalt ist hier der Part vorbei. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zusehen und hoffen, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Tschüss und bis dahin.